Man könnte natürlich so reflexartig sagen, oh man wie schrecklich, also meine Assets fließen ab so langsam, das spreche ich doch lieber gar nicht an. Das Thema Vermögensaufbau fürs Alter spielt seit Jahren eine übergeordnete Rolle in unserer Branche. Heute wollen wir mal über ein bisschen was anderes sprechen, nämlich über das Thema Entnahme und Konsum von diesem Vermögen. Dafür ist Erik Wiese hier von NFS Hamburger Vermögen. Herzlich willkommen und moin moin. Hallo, moin moin. Was glaubst du, ab welchem Alter entnehmen Kunden in der Regel ihr Vermögen? Ja, das ist natürlich der Klassiker, so ein bisschen, wenn man in Rente geht. Das heißt, wenn das normale Einkommen aufhört und man irgendein Zusatzeinkommen braucht und dann startet man üblicherweise damit, also irgendwie so um die 60, sagen wir mal. Aber spielen Entnahmepläne in der Vermögensverfaltung eine aktive Rolle oder wird in der Regel das Vermögen oder der Großteil des Vermögens gar nicht entnommen? Also spielt absolut eine Rolle und man sagt ja immer so 30 Jahre Vermögen aufbauen und 30 Jahre wieder abbauen. Also wobei man das gar nicht unbedingt abbauen muss, sondern oft bleibt das Vermögen auch erhalten, wird auch vererbt. Aber auf jeden Fall Entnahmeplan ist ein ganz wichtiger Punkt in der Planung. Die meisten Vermögen sind ja breit aufgebaut, so will man es zumindest meistens machen. Dann besteht das aus liquiden oder illiquiden Assets. Welche dieser Assets sind prädestiniert für einen Entnahmeplan und welche Assets behält man einfach bis zum Tod? Ja, der Klassiker ist natürlich, dass viele Kunden erstmal die selbstgenutzte, abbezahlte Immobilie haben. Und irgendwann stellt man dann fest, oha, der Klassiker, Steine kann man nicht essen. Da müssen dann irgendwelche Verrenkungen gemacht werden. Also das Haus verkauft mit so einem Reverse-Darlehen. Irgendwann kann man noch drin wohnen bleiben. Also da gibt es verschiedene Varianten, aber deswegen braucht man halt auch liquide Assets, die man im Rahmen seines Vermögensaufbaus aufbaut und die dann eben auch verzehrbar sind in dem Sinne. Jetzt ist es ja so, dass in der Vermögensverwaltung Service eine übergeordnete Rolle spielt. Ist dieses Hinweisen auf Entnahme und Erstellen von Entnahmeplänen ein aktiver Teil des Service oder ist das nicht geschäftsschädigend, weil da eben auch Assets abgezogen werden? Also ein guter Berater wäre gut beraten, wenn er das natürlich in Teil seiner Vermögensplanung mit den Kunden auch durchgeht, dass es irgendwann mal einen Namen gibt. Man könnte natürlich so reflexartig sagen, oh man, wie schrecklich, also meine Assets fließen ab so langsam. Das spreche ich doch lieber gar nicht an. Aber letztlich macht es total Sinn, weil das auch so ein gewisser Übergang auf die nächste Generation ist. Also wie gesagt, es gibt tausende Varianten von Entnahmeplänen und am Ende ist das auch so eine gewisse Überleitung auf die nächste Generation. Inwiefern muss man die nächste Generation damit einbinden? Sollte man unbedingt. Also es gibt ja auch Varianten, dass man zum Beispiel Vermögensverwaltungsstrategien in einen Versicherungsmantel legen kann und dadurch große Steuervorteile genießen könnte oder kann. Und wie gesagt, das müsste man alles mal durchsprechen. Und das hängt natürlich auch sehr stark von der persönlichen Situation des jeweiligen Kunden ab. Also da ist auf jeden Fall Beratung gefragt und deswegen sollte man da mal zu einem geeigneten Berater sich bewegen. Also das Thema Entnahme spielt eine Rolle in der Vermögensverwaltung, sagt Erik Wiese von NFS Hamburger Vermögen. Vielen Dank für deine Einblicke. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.